Äh, machst du neue auf? Äh, ja, kann ich tun. 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 Was hatten wir nicht? Das ist jetzt ein anderes Suburbia? Das ist eine Mod. Ach, gibt Suburbia? Gibt Suburbia oder wie? Suburbia ist die offizielle Karte und das ist jetzt eine Mod-Karte und die ist von dem... Der OS ist... Oh. Gut, dass du sagst. Das brauchen ja eh nicht so viele. Ja, mal gucken, würde ich sagen. Die ist auf jeden Fall... Oh, es sind andere Mauern. Da hinten ist der H-Mart. Oh, ich dachte, hier wäre die Karte zu Ende, aber die fängt gerade erst an, glaube ich. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist eine. Oh, Candy. Auch wieder keine Gegner? Goldfish and you Schau dir das Graphic Design Ding an Ja, Comic-Fans Und der Farbverlauf Goldfish and you Klingt spannend Aber da stand was von Candy Hier ist nix Oh, hier hinten ist eine fliegende Kiste Vielleicht ist hier das Vielleicht sind hier die Süßigkeiten, die uns versprochen wurden Die ist entsichert Also falls ich umfallen sollte Halt dich fern Wo? Ja, da ist einer drin Lebst du noch? Die werfen ja auch mit Granaten Oh shit Wie kann ich nicht rennen? Eine von den Ersatzspritzen Ich bin hinten bei den Spritzen Moment, ich komm wieder Ja, ich bin Bist du auch angeschossen? Nö Gut, dann Ich lad mal nach Ja, meine war Auch schon leer Kamen hier gerade alle durch Hier rum Guck mal Guck mal, Propan Das ist kostenlos Und du kannst besser Diesel-Cash kaufen als Self-Serve Das ist teurer Das ist doch ein Laden Vielleicht haben die Süßigkeiten Aber die Regale sehen auch geplündert aus Das ist ein Büro Rezeption Ja, kannst du auf Steffi essen Oh, hier Da sind sie alle um die Ecke Oh, die schießen hier durch Pass auf Das sind Fenster Geh nicht hin Geh nicht hin Die kommen links Die kommen links Tür Jo Das waren die letzten vier Ok Ok So Market Street Beklärt einiges Hier Docs Comics Gott Vape Hobby hat Und den Bug noch Also ich weiß, warum hier unten so viele Autos stehen Weil die hier definitiv nicht hochkommen Und ich hoffe, die Handbremse hier hält Oh, ich will aufs Riesenrad Oh, Kiste Zwei Ersatzspritzen Buh Es sieht auch ein bisschen klein aus Die Kabine Ich habe ein Blumenladen Wusstest du das? Oh, Snacks Kekse Auch alles geplündert Oh, danke Ich dachte aus irgendeinem Grund du wärst das Und ich glaube, dass der auf mich schießt Links in die Lagerhalle oder bleiben wir hier sicher in die Straße Das ist auch ganz bequem Links Nicht nur einer Ja, die anderen sind hin Kurz weg Plopp Danke Ich höre sie hier links laufen Ich glaube, die umgehen uns Nur einer Hey Ja, deutlich mehr Gegner, oder? Ein bisschen wenig Ein bisschen wenig Gegner Mach mal ein bisschen mehr Das reicht erstmal Das sind nur zwölf mehr als eben Die kommen immer So geballt ist das Problem Gut, du hast eine Saw Ja, deswegen Die waren wir heute schon mal Ja Die waren vorhin alle da vorne Dann lass mal da hin In das Lagerhaus gleich Wo wir gerade vorstanden Und auf der Karte scheinen die ja wirklich zu kommen, wenn man schießt Da ist wer Ja 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 Soll ich Die sind gespawnt gerade Wo da hinten Wir wissen jetzt wo sie spawnt Ich habe eine G3 Oh, halt, ich habe eine 249 Ja, können wir auch beide machen Mir ist egal Ja, ich Okay, den muss man nicht nachladen Nein Rechtsrum zur Tanker Hier ist das Level Ende Da war schon einer nach links rüber gelaufen An dem Lkw Vorbei nach links Gibt es eine Tanksäule? Da rennen noch die nächsten Wow, die haben mich von links Hier durch die Durch die Wand und die Büsche Pass auf Die sind hier Irgendwo links Ich gehe jetzt hier zum Auto Ja, da sind Füße Oh, shit Da schießt Weißt du das? Oh Das weißt du? Ja, das war ich Hinter dir Hast du eine Granate? Wie viele Gegner hast du eigentlich Kannst du da auch auf die Ecke schießen? Ja, ich kann auch auf die Ecke schießen Da kommt wieder wer Das war meine Wow Das klang nach dem Treffer Ja Hier sind wir gerade ganz schlecht Wo? Ja Zurück Ja Ja, hier kommt Oh, hier ist einer noch eine Ecke So, wie der ein Drillt Also als sie nur vor uns Als wir an der Tanke waren Beziehungsweise an der Tanke ein Stück vorbei Da bei dem LKW Da hatten wir nur quasi in die eine Ecke Wenn wir da jetzt noch was finden Wo man das Zweibein aufsetzen kann Dann Passt das, oder? Da ist er schon, da ist er schon Er wollte eine Granate werfen Da links kommen sie auch auf dem Parkplatz Granate Wo, da kommt meine nächste Granate Hier vorne an der Ecke Ah, okay Weiter, okay Ey, ich glaube hier kommt man rein Ja, ich weiß Da kam ja vorhin welche, die uns erschossen haben Der Typ Kam daher Ich glaube das war eher ein Spawn, aber Willst du da lang? Ja, lass mal gucken Vielleicht kommen wir in das Gebäude rein Guck mal Du hältst Stellung? Ja Soll ich nachkommen? Ich glaube hier gibt es einen Keller Komm nach Ah, da bist du Uh, da war rum Ach, hier ist die Garage Doch, ja Hier Rezeption Das ist nur die gleiche Rezeption Das ist nur die rezeption Das ist nur die Rezeption Ah, das ist wieder ein H-Mart. Ist da wieder eine Kiste? Ja, Kiste. Komm mal. Ersatzketten? Ja. Ich habe die Spritze gefangen. Ups. 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 Alle wieder weg. Ach... Kein Treffen. Du wirst von rechts beschossen. Und von da vorne. Links auf der Straße kommt wer rum. Links auf der Straße. Zwei hinter dem roten Auto. Hier von mir. Von mir. Bei mir. Hinter dir. Bei mir. Wo ist er hin? Hinter dem LKW. Ist wieder bei mir. Auf der Straße. Rotes Auto. Oh. Hinter dir. Rechts. Direkt rechts kommt einer. Hinter dir. Aber kann man auch. Als er dich erschossen hat, hast du so einen Spinning Backflip Kick gemacht und ihn da mit ins Gesicht getreten. Das sah großartig aus. Nein. Deswegen ist er gestorben. Genau deswegen. Noch sinnvoller ist es, eine Waffe nicht ständig wegzuwerfen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, ich glaube, das ist eher nicht so sinnvoll. Ein klein bisschen weiter links hätte ich die Position gern. Hier so. Hier wäre gut, aber... Also rein theoretisch könnte ich ja auch hier eigentlich... Ja. Das war der Plan. Oh. Warte mal. Ich krieg... Ah, kacke. Das 2-Mein ist nicht hoch genug. Hm. Das passt mit dem 2-Bein nicht mit meinem Controller. Der Controller haut dann unten auf den Boden. Mit den Rift-Controllern wäre das gegangen. Granate. Oh, Granate. Die liegt hier gut. Ah. Uh. Okay, safe. Ich wollte hier... Ja, hier ist gut. Hier kann ich Kniescheiben zersägen. Mit einer Saw? Ja. Das war wieder ein Satz Knie. Da kommt einer nach links durch. Einer ist nach links gelaufen. Okay, ich glaube, er ist wieder gekommen. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich nicht bald mal nachladen muss. Und was denn? Also bald muss es ja soweit sein, ne? Nein, dann machen wir fliegenden Wechsel. Ja, willst du dich ja schon mal aufbauen? Ja, ich steh neben dir. Ich kann mich bereit machen. Kannst du denn da hingucken, wo die Knie sind? Ja, aber ich würde da hingehen, wo du gerade bist. Einfach tauschen. Ich würde da ein Fun-Me rifles nehmen. Ich würde da- Aber ich würde das leipend bringen, wenn es mir klingt, wenn du es sich nix machst. partir compile wieder zum Knie, dann gleich die Knie sind schätzt, wenn du es schätzt. Boah! ja hat mich kommen welche, geh ins hinters auto danke ok bin wieder soweit hast du aufgesetzt ne lass ich lieber sonst ist was meine waffe schießt ja nicht mehr ich bin irgendwie drin wenn ich auflege ach so bist du zu weit ich bin ein Stück kleiner als die Ophi ich zeug deinem Grund kriegst du die Casings ab? ja ja wo kommt der? ja ja verfallen die Eier ich hab jetzt die Munitionskette genau so dass sie sowohl aus der Box raus an der Seite rauskommt aber auch unten durch beide Dinger klippt also nirgendwo richtig ist ich hör rechts was ich hör rechts was ich weiß nicht es klang auf jeden fall nah vielleicht waren es auch nur die da gehe ich auch naja oh warte kannst du hier nochmal übernehmen? äh ja bin in Position na gut dann das ist meine Ausschur das wollte ich gerade auch versuchen meine Kontroller sind ja zu hoch aber wenn ich mich hier an die Bordsteinkante lege könnte das klappen jetzt muss ich mal eben von mir geht's oh den brauche ich noch wie im zweiten Weltkrieg ja so klappt das so ein bisschen irgendwas macht komische Sachen ja oh ich glaube ich lad mal Moment ich weiß nicht wo ich hier im Raum bin ok bereit ok stehen das stehen das doch angenehmer ich weiß nicht ob ich den Tisch zu weit das ist gut dass ich da habe um mich zusammen nachzuladen weil hör mal oh meine auch bin leer dann hat's auch das ja wieder bereit ok weißt du was du machst das mal kurz ich gehe vorne nach der Kiste gucken da ist wer ich kreuze ja da kommt wer von rechts da war keine Kiste ich bin wieder da links sind Küsten ich bin wieder in com da denn her ick 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 bzw yeah ick Bis zum nächsten Mal. ich weiß wo ich im raum war deswegen hatte ich da unten schlechteres tracking ich war hier mit dem couch tisch nicht zur seite geschoben habe und schon vorne am unterm unter dem sideboard quasi